Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed 2. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde für eine weitere Erinnerung in der Sequenz 13. Wir befinden uns in diesem Bereich von Florenz. Omnipotens Deus, Rex Regum, et Omnium Gubernator. Das ist die Sterbes Akramente. Ungesehen auf den Womoklitten und den verblendeten Pisten aus seinem Hochsitz entfernen. Okay, das könnte noch interessant werden. Jetzt müssen wir uns einen Überblick verschaffen, wo die R genau ist. Okay, so er ist dort oben. Wunderbar, so der... Ich würde sagen... Nein, du kennst mich nicht. Ich würde schon mal gesehen. Wo ist er jetzt nur hin? Okay, kümmern wir uns nicht darum. Das heißt, wir haben dort zwei Wochen, hier eine Woche. Wenn wir genug schnell sind, entdeckt uns niemand. Wo ist er,us Deus. Rex Regum, et Omnium Gubernator. Cuios potentioes nulla creatura resistere puntest. Qui proprium, est pecatores punire. Et Eorum misereum, qui vere agunt punitentiam. So, Ezio kann hier nicht um den Ecken gehen, was ich ziemlich bescheuert finde. Aber hier klappt es wieder. Ok. Oh, komm schon. So, er ist dort und hier habt ihr eine Woche. So, was wir hier machen ist ziemlich einfach, da wir nicht entdeckt werden dürfen. Ihr Elenieren bleibt. So, das war es für diese Erinnerung. Und wir sehen uns gleich für die nächste. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weiter folgen sehen möchtet, dann wisst ihr was zu tun ist. Mittlerweile kennt ihr sicherlich den magischen Knopf zum abonnieren. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.